Hi, E-Beams! Ihr wisst es und willkommen zurück zu Captain Todd's Dreschen Dracken! Heute machen wir weiter mit dem sechsten Level der dritten Episode, wissen sie Bescheid, auf den Spuren der Pünktchen! Oh ja, Kai, die Pünktchen, die Pünktchen! Was das anbelangt, bin ich auch auf der Suche und auf den Spuren! Ist euch mal aufgefallen, dass in meinem Kommentarbereich nie irgendwer Punkte und Kommas setzt? Ja? Meine Fräsen! Ich hoffe, heute komme ich in den Kommentaren auf die Spur, was Pünktchen anbelangt! Meine Güte, ey! Die Rechtschreibung, Kinders, die Rechtschreibung! Man kriegt sie nicht umsonst reingedrückt in der Schule! Merkt euch das doch mal! Punkte, Kommas, Satzzeichen, Tendo! Meine Güte, ihr! Wow! Ja, oder? Ist das nicht hammerhart? Meine Fräsen! Okay, äh, das ist natürlich wieder... Oh! Oh! Ja, was ist denn hier los, ja? Ich kann es euch nicht so genau sagen! Ich weiß nur, dass hier die Luzi abgeht! Wegen den Fuzzis hier! Ähm... Wollen wir doch mal hochgehen? Ja, ganz ehrlich tun wir! Haul, ja! Ich meine, du kannst ja auch nicht... Du kannst ja auch nicht wissen, dass dort ein Loch ist, ne? Das ist dann der Blind-Effekt! Aber Kai, das Spiel ist doch gar nicht mehr... Ja... Das Spiel ist doch gar nicht mehr blind für dich! Ja, ja, ja! Das mag sein... Aber trotzdem... Aber trotzdem, Brüdes! Darf ich ja mal so ein Ding ansprechen, ja? Vielleicht sollte man aber auch den Spuren der Käfer... Ah! Ich glaube, ich habe das Level verstanden! Hier bricht man rein, sehr schön! Ich glaube, ich habe das Level verstanden! Ich glaube, man muss echt dem Pünktchen folgen! Damit du weißt... Bleibt mal... Bleibt mal stehen, Frau Leins! Ich folge euch! Unauffällig, auffällig! Ja? Denn logischerweise muss ich ja eigentlich... Dort, wo sie lang gehen... Auch... Ja, da dürfte ich ja auch eigentlich lang gehen, oder? Mal so logisch bedacht... Ich würde sagen, ja... Wo gehen die jetzt lang? Wo gehen sie jetzt lang? Da! Da! Du brichst quasi überall da ein, wo die... Wo die Pünktchen nicht lang gehen! Mein Gott! Rettet die Kinder! Oh, das ist auch eine gefährliche Stelle! Oh, oh! Huiuiui! Okay, ähm... Hi! Also! Das ist nicht dein Ernst! Sehr wohl! Am Ende des Tages... Ja gut, nicht überall, wo die... Pünktchen nicht lang gehen, äh... Brichst du ein, aber... Doch schon... Doch schon! An den meisten Stellen! So, ich... Hallo? Ich würde gerne... Dort... Ach... Bitte! Wenn ich gleich irgendwo in die Fassis reinfalle, das wäre so ein Minus, ne? Hauli! Ich laufe dir mal hinterher, weil da ist ja noch so eine Stelle mit, mit, mit einer Pflanze... Ist die hier? Oh Gott! Wie komme ich denn da hin? Wie soll das funktionieren? Und das werden wir heute rausfinden, liebe Freundes! Sehr wohl! Hm... Eigentlich... Ja! Genau hier! Richtig! Was ist da? Ein Pilz! Ja, toll! Schön! Hat sich ja gelohnt, ne? Spoiler! Hat sich überhaupt nicht gelohnt! Scheiße! Da könnte ich jetzt quasi rein... Ah, okay! Ja gut, ich könnte jetzt zum Ende des Ziels gehen, aber ich frage mich, ob hier irgendwo noch ein Goldpilz oder so ist, ne? Ich meine, es muss ja irgendwie ein Ziel hier geben! Logischerweise! Ich guck mal, ne? Vielleicht ist hier irgendwo... Wer weiß! Vielleicht ist aber auch das Ziel, keinen Boden kaputt machen oder so! Nun! Könnte als Möglichkeit sein, aber wir machen das mal das Level vorbei und zu Ende und, äh, bye und hi! Also hi! Guten Tag! Ja, 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 ja! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Adé, Bruder! Das es so sein würde, ja! Okay, dann brainstormen wir mal! Wir folgen! Wie gesagt, einfach folgen! Einfach folgen! Ja? Ja, meine kleinen Freunde! Ja, meine kleinen Freunde! Da oben können wir ja überhaupt nicht langen, das geht ja nicht! Ähm... Wir brauchen uns ja nicht mal treffen lassen! Wir brauchen uns ja nicht mal treffen! Wir brauchen uns ja nicht mal treffen lassen, Mensch! Ich dachte, ich müsste einen Gegentreffer einstecken! Und da kommt das Spiel und sagt... Nein! Finde ich gut! Okay, das war schon mal das Level! Pic und Ohr hinter Gittern! Ja, der Pic und Ohr-Knast! Jetzt auf RTL! Um 20.15 Uhr! Auf ProSieben! Was? Was? Ich hab das Gefühl, einfach durchrennen! Ja, das war klar! Oh, ich würde das Level nochmal gerne neu starten! Weil wenn das heißt, kein Schaden erleiden! Und das könnte meine Pic und Ohr logischerweise so sein! Weil, ne? Wenn sie dich einmal anhauen, bist du weg vom Fenster! Ja? Wissen sie Bescheid! Aber es muss doch irgendwie ne... Ah, ich weiß wie! Ich weiß, ich bin ein riesiges Arschloch! Aber der Touchscreen ist nun mal erlaubt! Das ist jetzt kein Hexenwerk und kein verbotenes Hilfsmittel! Man darf es benutzen! Und ganz ehrlich, das mache ich auch! Da bin ich ganz ehrlich mit ihnen, ja? Also jetzt mal Butter bei die Fische! Sehr wohl! Ich hab das Gefühl, du musst irgendwie dafür sorgen, dass die Pic und Ohr hochsteigen oder so! Weil, hier sind überall Steine und so! Und ich sage viel zu oft, und so wie Koma-San! Ja, und so... Und so schließt sich der Kreis dann! Und so... Du bist schon mal tot! Das ist ja schon mal eins gute Geschichte! Aber! Da hoch komme ich trotzdem nicht! Oder da rein komme ich trotzdem nicht! Dann müssen wir wohl oder übel! Ja! Erstmal hier dran anscheinend... Ja, wir müssen hier das Lauchband... Anschalten! Oder was ist hier los? Wir müssen uns hier fallen lassen! Ah, okay! Okay, okay, okay! Lassen wir uns hier fallen! Ziehen den nach oben! Und dann machen die Pic und Ohr das alles kaputt! Und dann darf ich mich hier wieder fallen lassen! Was ist das denn? Ich raste vollkommen aus! Dann kann ich da durch! So wie es aussieht, ja? Aha! Dann mach mal kaputt! Danke! Kaputt! Mach kaputt! Thanks! Zweiter Gem! Sehr wohl! Okay! Ja, ihr seid richtige Wackelköpfe! Ich sehe das schon! Ach, warte mal kurz! Wir können jetzt da rein! Wir können jetzt hier hin! Aber was wäre denn... Komme ich da überhaupt noch... Komme ich da überhaupt noch hoch? Nee, ne? Ich glaube, ich komme hier nicht mal mehr zu diesem Spawnpunkt. Kann das sein? Was ist das da? Ich habe mich nur gefragt, ob da irgendwie... Ähm... Der Goldpilz versteckt wäre, so. Ja? Könnte ja sein! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Okay! Das ist richtig schlecht! Das ist richtig schlecht! Oh mein Gott! Ha! Kannst du direkt... Alles von vorne machen hier, die Scheiße! Ist das geil! Ist das geil! Ach! Das ist ein Dreck! Das ist richtig dreckig! Also die Stelle ist dreckig! Also da werde ich gleich wieder den Touchscreen benutzen, weil da habe ich jetzt gleich keinen Bock drauf! Da habe ich absolut keinen Bock drauf, da 10 Stunden zu warten, bis es... Ne? Ich renne ja dagegen an und es passiert trotzdem nichts! Das ist richtig geil! Naja! Ich frage mich gerade... Das ist richtig dreckig, wenn sowas passiert, ne? Wenn du dagegen anläufst und du fällst runter! Das ist immer das Beste hier! Wow! Wow! Richtig krass! Richtig krass! Ne, ne! Ich habe schon mal besseres gespielt! In Sachen Leveln! Ja, so... Das funzt halt offensichtlich nicht richtig, ne? Wenn du dagegen anläufst und das bringt dir nichts, dann ist da auch... Kannst du auch nichts gegen machen! Ne? Kannst du einfach nichts gegen machen! Gucken wir euch mal diesen Rasen oder diesen Boden da an, mit diesen Puzzleteilen drauf! Als wäre Benjo und Kazooie hier gewesen, ja? Die alten Dreckssäcke! Die lassen sich auch nicht klumpen, hier nochmal aufzutauchen! Sehr wohl nicht! Ach, ich darf das... Nein, ne? Weil ich das Level jetzt verlassen habe, darf ich alles nochmal... Ach, das ist doch nicht dein scheiß Ernst, oder? Ach, komm, Alter! Also... Natürlich! Also in den New Super Mario Bros teilen, wenn du einmal das Level verlässt, wird das direkt gespeichert oder wird es auch gespeichert bleiben. Wenn du hier das Level verlässt, darfst du nochmal alles neu machen! Das ist aber richtig geil, ne? Ja, es ist zwar kein New Super Mario Bros, aber trotzdem... Nervt trotzdem so ein bisschen ab, ne? Ich meine, du musst in New Super Mario Bros 3 das Spiel verlassen, damit du eine Mittelfahne löschen kannst. So wie ich das vernommen habe und das ist auch richtig schlecht. Und dann guckt man sich das hier an, dann ist es hier nicht so und dann, naja, ne? Bist es halt gewohnt! Wohnt oder übel! Aber okay! Ne, äh, ich halte diese Piccundoro gleich sowas von fest, es ist mir so egal! Es ist... Ich will einfach nur hier durch, ich will hier durch! Ich halte gleich sowas von fest, ne? Also, dann nehme ich mir gleich ihren, ihren, ihren überlangen Hals, ihren überlangen Klederhals und dann, äh, läuft das! Es ist mir dann wirklich egal, ganz ehrlich, es ist mir so egal einfach! Es... Juckt mich nicht! Ich mache nichts falsch! Ich mache doch nichts falsch! Was soll der Scheiß? Ich check es nicht! Es macht keinen Sinn! Ich renne dagegen an und es bringt nichts! Was soll der Scheiß denn? Das ist richtig... Das ist dreckig, Mann! Das ist richtig schlecht! Es ist halt übertrieben schlecht! Ne? Es ist übertrieben schlecht! Es macht keinen Sinn! Es ist richtig schlecht einfach! Es ist richtig schlecht! Ich hab doch gesagt, ich kann da nichts für! Ich hab doch gesagt ich kann dagegen nichts machen! Was soll der Scheiß? Also, es ist, es ist, es ist, es ist richtig dreckig! Es ist richtig schlecht! Ne? Rennst gegen diese, gegen dieses Laufband an oder halt gegen diese, ne? Gegen diese, 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 diese runde Vitrine rennst du an! Dann fällst du trotzdem runter! Was soll das? Es ist richtig dreckig. Also, es gefällt mir überhaupt nicht. Es ist richtig schlecht. Es ist richtig schlecht. Es ist schlecht einfach. Kann ich beim besten Willen nichts gegen machen. Ist einfach so, ne? Kannst du einfach nichts gegen machen. Kannst du nichts. Und dann rennt er hier zurück. Also, das ist richtig schlecht. Es ist richtig schlecht. Es ist richtig schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht hier. Es ist so schlecht einfach. Ich kann dagegen nichts machen. Ich würde gerne dagegen anderen, aber ich darf anscheinend nicht. Dann rennt er hier wieder zurück. Wie, 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 wie weit darf ich denn jetzt hier laufen? Wie weit? Die Kamera hier, ne? Diese Kamera ist wieder ein Traum hier. Es ist zum Heulen schön ist das hier. Oh mein Gott. Es ist einfach übertrieben schlecht. Es tut mir, es ist übertrieben schlecht. Es tut mir leid. Es ist übertrieben schlecht. Das System, dieses, 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 dieses sich drehende Teils. Es ist übertrieben schlecht einfach. Jetzt kann ich hier nochmal überall anlaufen. Ob hier nicht irgendwo noch ein Goldpilz in dieser Vitrine ist. Kann ja sein, ne? Kann ja alles sein. Wenn es am Ende heißt, keinen Schaden nehmen, dann könnte ich mal, äh, kreuzweise, scheiße. Gut, hier ist dann wohl nichts. Da ist aber bestimmt was gewesen. Da wäre was gewesen. Einmal wohl Goldpilz eingesammelt. Richtig schlechtes Level. Also mir gefällt es. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee, Mann. Vor allem, wie schlecht das hier funktioniert mit dem, mit dem, äh, an diesem, ähm, ja, runden, an dieser runden Vitrine. Ich kann es nicht beschreiben. Tut mir leid. Aber es ist auf jeden Fall richtig schlecht. Das bleibt mir hier zu sagen. Also das habe ich jetzt mitgenommen. Es ist schlecht. Du rennst einfach dagegen an und auch bei normaler, äh, Geschwindigkeit solltest du eigentlich in der Lage sein, dagegen anrennen zu dürfen und runterzufallen. Was passiert? Ich falle runter. Naja, ne? Sage ich jetzt mal besser wieder nichts zu hier. Ja, scheiße. Also das ist wirklich, also tut mir leid, für diese, für diese, für diese Aus, ja, Fälle hier, aber es ist halt schlecht. Ganz ehrlich. Ist es einfach. Das ist meine Meinung aus dem und dem Gründen und deswegen, ich, ich habe es begründet, ist jetzt konform so, ja? Gut. Deine Mutter. Ich würde gerne da reingehen. Ich würde, warum darf ich da nicht reingehen? Also, es ist übertrieben schlecht. Es ist wirklich übertrieben schlecht. Hätte ich direkt von Anfang wissen müssen, dass da was ist, aber ich habe es zu spät gesehen. Naja, vergessen war das Level, es ist übertrieben schlecht und ich bin froh, es bei Ende zu haben. Ich muss es nie wieder spielen. Ende. Ende im Gelände. Nee, Mann. Nee, nee. Spiel ich nie wieder. Bin ich froh, das in dem hier zu haben. So, äh, Schalter im Wüstensand. Das kann wieder etwas besser werden. Nach dieser Scheiße, die wir gerade eben gespielt haben. Auf gut Deutsch gesagt. Gucken wir mal. Hi. Wenn es dann meine HSB-Siege alle diese Gegner, dann, ähm, mein Gott, dann mache ich das auch. Wäh, 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 wäh. Sehr wohl. Gut, das bringt jetzt schon mal nichts. Ich versuche das gerade zu verstehen, wie ich die, äh, wie ich diesen, diesen Mauerwaff am besten besiegen soll. Kannst du bitte den Schalter anrennen? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich muss das Level nochmal neu spielen. Ich lasse mich hier sterben, weil ich habe keinen Bock, dass es aber in der HSB keinen Schaden erleiden. Kannst du bitte rauskommen? Bitte, willst du mich verarschen jetzt? Ach, bitte, mach doch keinen Dreck jetzt hier. Mein Gott, bitte. Hör doch auf. Hör doch auf. Ich verlasse das Level direkt mal und gucke mir dann gleich an, ähm, okay. Zack, zack. Und dann dürfte ich eigentlich da hoch dürfen. Dankeschön. Ne, ich verlasse das Level jetzt schon mal direkt, weil ich einfach nur gucken will, was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Hau mal raus. Schalter nur achtmal betätigt. Okay. Kriegen wir hin. Immerhin ist es kein Schaden nehmen und sowas, ne? Vor allem, dass ich halt immer öfter ausgehe hier. So, hier müssen wir ja quasi, äh, einen Schalter betätigen. Das ist auch keine Münzen-Quest. Wir müssen uns jetzt hier nicht irgendwie ein Bein brechen, ne? So, zwei. Wie komme ich da am besten hin? Wie komme ich da hin? Kann ich irgendwie rechts am Schalter vorbeilaufen? Geht das? Geht das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Ich verstehe den Sinn hinter dieser, äh, Technik da nicht. Jetzt haben wir's. Ja, wir haben jetzt zwar schon mehrmals den Schalter betätigt und auch halt mehr als achtmal, aber ist mir egal. Juckt mich nicht. Ohne Witz. Das juckt mich doch nicht. Der ist mir egal. Ist mir einfach egal. Ist mir egal. Ich weiß, wo der dritte Gem ist und... Okay. Du musst halt manchmal, du musst halt manchmal wirklich gucken, dass du dann, ähm... Mhm. Okay. Also es ist halt manchmal so, du musst gucken, dass du einen weiteren Schalter betätigst als, ähm, normalerweise, wie du halt üblich denkst, weil die Plattformen sich ja jedes Mal hoch und runter setzen und dann musst du auch manchmal dann, ähm, einmal mehr den Schalter betätigen, damit die, ähm, Plattformen, die du halt, äh, ja, auf die du steigen willst und über die du gehen willst, dass die quasi, naja, ne? In deiner Richtung oder in, in, zu deinen Gunsten halt steht, ne? So, das war einmal betätigt. Da muss ich's ja betätigen. Da muss ich's auch betätigen. Das ist schon dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Am besten, wie komm ich jetzt hier hoch, ohne... Es geht. Ich denk zwar nicht, dass das so gewollt ist, aber ist mir egal. Ich hab's geschafft und gut ist. Ja? Juck nicht, ohne Witz. Brüder ist. Juck nicht. Gut, ähm, ich würd sagen, wir haben jetzt, äh, schon, ja, wir haben jetzt nicht viel geschafft oder so. Aber wir haben, ähm, dieses Level immerhin beendet und beim nächsten Mal gucken wir uns die Lorenfahrt durch den Modertempel an. Wissen sie Bescheid. Haut rein. Ciao. Wissen sie Bescheid.